So, Moin Moin, am Mittwoch in zwei Tagen ist es soweit. Da wird aller Voraussicht nach der Artikel 13 mit dem damit verbundenen Upload-Filter zwischen EU-Rat, zwischen Europäische Kommission und dem Europäischen Parlament beschlossen werden. Sie müssen es so verstehen, dass die Bundesregierung sich gemeinsam zur Zustimmung entschieden hat. Ja, bitte, wenn Sie bessere Vorschläge haben, sagen Sie es uns. Wir haben zwar jetzt hier ein Degree-Match geschaffen. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem, liebe Freunde. Es könnte nämlich sein, dass 2019 eine Art YouTube-Abkollüse stattfindet. Die Angst geht um, hier demonstriert von Tausenden am Samstag in Berlin. Angst vor Artikel 13 der geplanten EU-Wurheberrechtsreform. Wir wollen keinen! Wir wollen keinen! Wir können gut argumentieren, dass dieser Kompromiss der Meinungs-, der Informations-, der Kunstfreiheit Rechnung trägt. Wir wollen keinen! Wir wollen einen guten Tag, der sequencing den Kopf und die Bildung auf! Die Musik und die Figuren, der im Rahmen, die Figuren zu verbrechen. Die Musik und die Figuren sch Norden aus der Kirch und die Figuren vonsellerne. Wir können unterstützen, dass der Moment genutzt wird. Wir wollen die Figuren bei dieser Ge 음악 benim. Die Musik und die Figuren vonsellerne, die Bilder aus der Kirch und die Figuren, Untertitelung. BR 2018 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 Es ist Zeit, dass wir uns erheben für Freiheit, für Kreativität und gegen Zensur. Stoppt Artikel 13 und rettet unser Internet. Untertitelung. BR 2018